Die Stadt Luxemburg ist die Hauptstadt des Großherzogtums Luxemburg. Mit 115.227 Einwohnern ist sie die größte Stadt des Landes. Luxemburg ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Kantons und war es auch für den gleichnamigen Distrikt bis zu seiner Abschaffung am 3. Oktober 2015. Luxemburger nennen ihre Hauptstadt meist nur die Stadt. Die Stadt Luxemburg ist neben Brüssel und Straßburg Verwaltungssitz der Europäischen Union mit Sitz und Tagung so zahlreicher europäischer Institutionen. Daneben ist Luxemburg ein wichtiger Finanzplatz. Per 31. Dezember 2015 waren 69,85% der Einwohner Ausländer ohne luxemburgische Staatsangehörigkeit. Geografie Die Stadt liegt im Süden des Großherzogtums. Die Landesgrenze ist in Richtung Frankreich und Deutschland jeweils rund 20 Minuten entfernt, in Richtung Belgien rund 15 Minuten. Nicht selten wird die zentrale Lage Luxemburgs im Herzen Europas hervorgehoben. Köln liegt 159 Kilometer entfernt, Straßburg 164 Kilometer, Brüssel 186 Kilometer, Frankfurt am Main 191 Kilometer, Paris 287 Kilometer. Luxemburg ist gemeinsam mit Metz, Saarbrücken und Trier ein Zentrum der Europa- und Großregion Saar-Lor-Lux. In der auf einer Fläche von 36.700 Quadratkilometer rund 4,7 Millionen Menschen leben und die vor allem durch die Montanunion, den damit verbundenen Steinkohlenbergbau und die Stahlindustrie an Bedeutung gewann. Die vier Städte bilden seit 2006 ein grenzüberschreitendes Städtennetzwerk namens Quadropole, das in vielfältiger Weise miteinander kooperiert. Das Stadtbild wird geprägt durch das Petrostal. Es ist Fußgängern vorbehalten und grenzt die Oberstadt vom Bahnhofsviertel ab. Luxemburg ist in 24 Quartiere gegliedert. Bergen, Bär, Bonneweg, Nordbonneweg, Süd, Sens, Klausen, Domeldingen, Eichbahnhofsviertel, Gesperich, Grund, Hamm, Hollerich, Kirchberg, Limperzberg, Merl, Mühlenbach, Neudorf, Weimershof, Pfaffenthal, Siechenhof, Pulvermühle, Rowlingergrund, Oberstadt, Weimerskirch und Zessingen. Mit seinen nördlichen, westlichen und südlichen Vororten Bäreldingen, Wahlferdingen, Straßen und Hohwald ist Luxemburg nahtlos verwachsen. Der Großraum bildet inzwischen eine großstädtische Agglomeration mit mehr als 160.000 Einwohnern. Klima in Luxemburg herrscht ein gemäßigtes Kontinentalklima, das durch atlantische Meereswinde beeinflusst wird und sich durch milde Winter und angenehme Sommer auszeichnet. Die Luft ist meist mild und feucht, die Niederschlagsmenge beträgt 782,2 mm, Temperaturen im Jahresmittel 9 Grad Celsius, im Januar 0,8 Grad Celsius, im Juli 17,5 Grad Celsius. Die höchsten Temperaturen werden üblicherweise im Juli und im August gemessen. Zu dieser Zeit beträgt die Durchschnittstemperatur etwa 15 bis 25 Grad Celsius, es werden nicht selten auch 30 bis 35 Grad Celsius erreicht. Luxemburg Stadt verfügt über ausgedehnte Grünflächen, die im städtischen Bereich als Parks gestaltet. In den Außenbezirken zumeist bewirtschaftete Forster sind. Begünstigt durch das milde Klima haben sich diverse nicht einheimische Tiere angesiedelt. Bevölkerung Die Stadt Luxemburg hatte im Jahr 2014 insgesamt 107.340 Einwohner, aufgeteilt in 64.052 Haushalte. Darunter sind 33.292 einheimische Luxemburger und eingebürgerte Bewohner sowie 74.048 Menschen mit einem ausländischen Pass. In Luxemburg leben Menschen vieler Nationen und verschiedener Kulturen. Die Stadt ist eine der multikulturellsten Hauptstädte Europas. Ihre Einwohner stammen aus insgesamt 160 Staaten, die meisten davon aus Frankreich, Portugal, Italien, Belgien und Deutschland. Das Stadtviertel Cents ist das einzige, in denen die Einwohner mit einheimischer luxemburgischer Abstammung in der Mehrheit sind. Das Bahnhofsquartier hat mit 83,77 Prozent den höchsten Ausländeranteil. Stichtag jeweils 1. Juli Quelle Die Luxemburger sprechen in der Regel luxemburgisch und deutsch wegen der nationalen Die Glossie fließend. Die meisten können darüber hinaus noch Französisch und Englisch sprechen. Portugiesisch ist wegen der vielen Immigranten auch weit verbreitet. Luxemburgisch sprechen die Luxemburger im Alltag. Die Sprache spielt gerade in der Stadt mit Blick auf die nationale Identität der Luxemburger eine bedeutende Rolle. Sie hilft auch bei der Unterscheidung zwischen echten, germanophonen Luxemburgern und franco- oder romanophonen Immigranten. Wer beispielsweise die Staatsbürgerschaft des Großherzogtums erlangen will, muss durch Kenntnisse dieser Sprache eine gewisse nationale Identität nachweisen. Luxemburgisch ist aufgrund dessen die am meisten gesprochene Umgangssprache. Wer allerdings beispielsweise eines der vielen von Immigranten geführten Cafés oder Restaurants der Stadt aufsucht, wird zunächst meist mit Französisch konfrontiert. Auch die dortige Lebensart ist deswegen Französisch geprägt. Deutsch ist demgegenüber, ganz nach der vorhandenen Die Glossie, vor allem Mediensprache der echten Luxemburger in Presse und Büchern. Geschichte Die ersten Siedlungsspuren auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg gehen auf die Kelten zurück und stammen aus dem 2. Jahrhundert v. v. c. h. r. Ungefähr 100 Jahre später drangen Römer in das Land Luxemburg ein, als Cäsar um 58 bis 51 v. c. h. r. Galien und einen Teil von Germanien bis zur Rheingrenze eroberte. Damit wurde das Gebiet des heutigen Luxemburgsamt statt Luxemburg Teil des Imperium Romanum. Mittelalter im 5. Jahrhundert nach Christus, zur Zeit der Völkerwanderung, drängten die germanischen Franken die Römer zurück. Wandermünche missionierten die Menschen zum Christentum und bauten Klöster. Das Kloster Echternach wurde vom angelsächsischen Missionar Willibroth im Jahre 698 gegründet. Das Gebiet der Stadt Luxemburg war in der Römerzeit von zwei Konsularstraßen durchquert. An deren Kreuzung stand ein befestigter Turm. Durch einen Tauschakt mit der Abtei St. Maximengentrier kam das kleine Kastell 963 in den Besitz Graf Siegfrieds, einem nahen Verwandten der Könige Frankreichs und der deutschen Kaiser. Die Gründungssage der Stadt spricht von der Nixe Melusina, die Siegfried veranlasste hier zu bauen und später dessen Frau wurde. Auf dem Bockfelsen ließ Siegfried seine Burg bauen. Die den Namen Lucilienberhock kleine Burg oder Stadt trug und zum ersten Mal in dem besagten Tauschakt erwähnt wird. Aus diesem Namen entwickelte sich später über Lützelburg schließlich der neudeutsche Name Luxemburg. In der Vorburg weite der Trierer Erzbischof Egbert 987 fünf Altäre in der Erlöserkirche. Vor der Kirche an einer römischen Straßenkreuzung entstand ein Markt, um den herum sich die Stadt entwickelte. Ende des 11. Jahrhunderts besaß die Burg einen Wohnturm und unterhalb der Burg gründeten die Grafen 1083 ihre Hausklöster, die Münsterabtei, die die Stadtschule beherbergte und in der sich die letzte Ruhestätte jener Grafen befindet, die sich im Siegel der Gründungsurkunde zum ersten Mal als Grafen von Luxemburg bezeichneten. Während unterhalb der Burg am Flüsschen als hätte ein Handwerkerviertel entstand, in dem Anfang des 14. Jahrhunderts ein Hospiz gegründet wurde, dehnte sich im 12. Jahrhundert die Oberstadt, die seit dem 10. Jahrhundert durch einen Schutzwall befestigt war, nach Westen hinaus. Um die neue Nikolauskirche entstand ein Stadtviertel mit eigenem Markt, dem Novumforum. Um dieses Viertel in die Stadtbefestigungen einzubeziehen, wurde Ende des 12. Jahrhunderts mit dem Bau einer Ringmauer begonnen, die ein Stadtgebiet von fünf Hektar umschloss. Es handelte sich wohl um eine Ausdehnung der Rechte und Pflichten auf das gesamte Stadtgebiet, die ihr Vater, Graf Heinrich von Namur-Luxemburg, ursprünglich den Bewohnern des Neubauviertels an der Nikolauskirche möglicherweise mündlich zugesichert hatte. Um 1340 wurde unter der Herrschaft von Johann dem Blinden mit dem Bau der großen mittelalterlichen Ringmauer begonnen, deren Verlauf die Oberstadt bis ins 19. Jahrhundert hinein vom Umland trennte. 1354 wurde Luxemburg Herzogtum. 1443 wurde die Stadt von Burgundertruppen unter Philipp dem Guten eingenommen. Luxemburg wurde Teil der burgundischen, später der spanischen und österreichischen Niederlande. Die Stadt wurde ab dem 16. Jahrhundert zu einer der stärksten Festungen Europas, dem Gibraltar des Nordens, ausgebaut. Nach der Belagerung von 1684 durch Vorbahn hat dieser nach der Eroberung die Festung noch verstärkt. In der Festung wechselten sich Burgunder, Spanier, Franzosen, dann wieder Spanier, Österreicher, dann wieder Franzosen und Preußen ab. Sie war ab 1714 Teil der österreichischen Niederlande. In den folgenden 80 Jahren wurden die äußeren Befestigungsanlagen weiter stark ausgebaut, um einen möglichen französischen Angriff zu verhindern. Am 6. Juni 1795 kapitulierte die Stadt im Ersten Koalitionskrieg wegen zu Ende gegangener Vorräte nach siebenmonatiger Belagerung vor den französischen Revolutionstruppen. Ab dem 17. Jahrhundert entstanden die Kasematten und Minengänge. Das waren in den Felsen gehauene oder gemauerte Gänge von insgesamt 23 Kilometer Länge und eingewölbte, bombensichere Räume. Sie dienten als Artilleriestellungen, beherbergten vor Bombeneinschlag zu schützende Einrichtungen und erlaubten im Notfall die weiter entfernten Festungsteile unterirdisch zu erreichen. Nach der 16 Jahre dauernden Schleifung der luxemburgischen Festungsanlage, beginnend mit dem Jahr 1867, wurden die Kasematten auf eine Länge von 17 Kilometer reduziert. Sie konnten nicht gänzlich zerstört werden, da sonst die Siedlungsstruktur der Stadt in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Bei der Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress wurde unter anderem ein vergrößerter niederländischer Staat erschaffen, der im Wesentlichen die heutigen Niederlande und das heutige Belgien umfasste. Einerseits sollte der niederländische König für die an Großbritannien abgetretenen Kolonien entschädigt werden. Andererseits sollte dieser neue Staat als Pufferzone gegen ein mögliches wiedererstärktes Frankreich dienen. Luxemburg erhielt einen Sonderstatus als Großherzogtum. Es wurde durch den niederländischen König in Personalunion regiert, gehörte aber als militärisch wichtige Region offiziell dem Deutschen Bund an. So dass die Stadt zur Bundesfestung ausgebaut werden konnte und eine preußische Garnison erhielt. Die Londoner Konferenz erklärte nach der Luxemburg-Krise Luxemburg 1867 für neutral. Die preußischen Truppen zogen ab und die Festung wurde geschleift. Von 1914 bis 1918 genauso wie von 1940 bis 1944 wurde Luxemburg von deutschen Truppen besetzt. Nach der deutschen Besetzung am 10. Mai 1940 unterstand das Großherzogtum als CDZ-Gebiet Luxemburg seit dem 2. August 1940 einem von Deutschland eingesetzten Chef der Zivilverwaltung. Danach wurde die Stadt Luxemburg vorläufig von einem deutschen Verwaltungskommissar geleitet. Zum 1. Dezember 1940 wurde die Stadt Luxemburg als deutscher Stadtkreis der im Altreich gültigen deutschen Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 unterstellt, mit einem deutschen Oberbürgermeister an der Spitze. Zum 1. April 1943 wurden aus dem Landkreis erst im früheren Distrikt Luxemburg die Gemeinden Hesperingen, Niederanwen, Straßen und Wallferdingen in den Stadtkreis Luxemburg eingegliedert. Mit der Befreiung durch US-amerikanische Truppen im September 1944 endete die deutsche Okkupation. Trotzdem litt die Stadt Luxemburg noch unter Kriegshandlungen. Im Dezember 1944 wurde sie aus Lampaden in der Nähe von Trier mit den sogenannten Vergeltungswaffen V3 beschossen. Wegen seiner Lage, seiner Geschichte, aber auch seiner Größe ist Luxemburg als eines der Gründungsmitglieder der EU. Sitz zahlreicher wichtiger Organe und Behörden der Union, die sich im Stadtteil Kirchberg ansiedelten. Die Stadt gilt somit als eine der Hauptstädte der Europäischen Union. Ab den 1960er Jahren entwickelte sich die Stadt daneben zu einem der größten internationalen Finanzplätze. Seit 1979 erscheint als Stadtzeitschrift Hoennestadt. Nach 30-jährigem Bestehen ist ihr gesamtes Archiv online verfügbar und stellt damit eine einzigartige Dokumentation der Stadtgeschichte dar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017